Musik Mein Mann betrügt mich! Viktor! Viktor! Der kleine Freund will einfach nicht mehr mitspielen. Das ist hart! Wegen nicht. Man nimmt parfümiertes Briefpapier, schickt seinem Mann einen feurigen Liebesbrief von einer unbekannten Absenderin, und ich läd ihn ein zu einem erotischen Abenteuer, zu dem man natürlich selbst hingeht und ihn dann in Flagranti erwischt. Ja. Und du willst wirklich nicht zu deinem Rendezvous? Nein. Weißt du was? Geh du für mich dahin. Du bist doch hier der Herzensprecher. Diese Parfume von meiner Frau! Was sagen Sie? Caramba, ich stot in dich! Nein, nein, Hilfe! Hilfe! Du schweig! Du schweig! Und ich dachte, du bist mein bester Freund! Lass ihn los, Liebling! Du bringst ihn ja um! Ja, das habe ich vor! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!